Hallo und herzlich willkommen bei Stimme vor Fortgeschritt. Es ist fortbracht, so läuft. Gott sei Dank. Das war ein Akt, das die letzten Wochen waren, was das angeht, echt hart. Es hat auch teilweise dann überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, an dem Ding zu schrauben, weil immer irgendeine andere Scheiße war. Das jetzt allerdings alles aufzuzählen. Wenn es euch interessiert, kann ich mal ein Video dazu machen, aber es ist auch... Da hat halt je eine Katastrophe der andere gejagt. Jetzt läuft sie halbwegs und ich tue sie doch nicht weg. Ich hatte nämlich echt zwischenzeitlich überlegt, die an jemanden zu geben, der Ahnung hat. Also hier ging Grüße raus an Arthur. Ich habe natürlich noch ein paar Baustellen, also man sieht es hier jetzt schon. Sollandertalb undicht. Baustelle Nummer eins. Baustelle Nummer zwei ist die Kette. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sehen kann, aber die ist straff wie Sau. Also die untere, die obere ist in Ordnung. Dann sägt mir zurzeit die Kette noch ein bisschen an der Schwinge. Schwinge sage ich, also am Rahmen. Er hat ja keine Schwinge. Aber ansonsten ich bin jetzt endlich mal zufrieden mit dem Ding. So, dann werde ich mal heimfahren. Dann auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, ich hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Und ich fahre jetzt mal nach Hause und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Haut rein!